CRM-Systeme sind Werkzeuge, die Unternehmen dabei helfen, ihre Beziehungen zu Kunden zu verwalten und zu verbessern. Im Marketing-Controlling spielen CRM-Systeme eine wichtige Rolle, da sie die folgenden Vorteile bieten. Bessere Kundenkenntnis. CRM-Systeme ermöglichen es, alle relevanten Informationen zu einem Kunden an einem Ort zu speichern, was schnellen Zugriff und eine persönlichere Kommunikation ermöglicht. Bessere Segmentierung. Mit CRM-Systemen können Daten in Kategorien und Kriterien unterteilt und gezielte Listen erstellt werden, die für Marketing- und Vertriebsaktivitäten genutzt werden können. Bessere Kundenbindung. CRM-Systeme unterstützen die Beziehungsaufrechterhaltung und das Halten bestehender Kunden durch Erinnerungen, Follow-up-E-Mails und Koordination von Marketingaktivitäten. Bessere Vorhersage des Bedarfs. CRM-Systeme helfen Vertriebsmitarbeitern, den Kundenbedarf im Voraus zu ermitteln, was zum Cross-Selling und Up-Selling führt. Bessere und schnellere Kommunikation. CRM-Systeme bieten anpassbare E-Mail-Vorlagen und andere Kommunikationsinstrumente, die die Kommunikation mit Kunden beschleunigen und personalisieren. Insgesamt verbessern CRM-Systeme die Effizienz des Marketing-Controllings, indem sie die Interaktion mit Kunden vereinfachen, die Kundenbindung stärken und die Marketingaktivitäten besser ausrichten und messen. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden? Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.